Wir sind an der ukrainisch-russischen Grenze bei Grenzoffizier Oleksandr Dudko und seine Mitarbeiter am Übergang Senkivka im Norden der Ukraine. Die beiden sind überzeugt, dass dieser Graben sie einmal retten könnte, ausgeschachtet wie an einer Frontlinie im Krieg. Daneben ein zwei Meter hoher Zaun. Und der soll einen Angriff aus Russland abwehren. Doch kann das wirklich gut gehen? Die Grenzer sind davon überzeugt. Das ist ein Fluchtbunker für Zivilisten. Hier können wir sie schützen, falls wir mit Granaten angegriffen werden. Ein Bunker. Gegenüber sehen wir Schießscharten. Und tatsächlich, es ist eine Grenze wie im Krieg. Hier die Ukraine, drüben Russland. Dazwischen die neue Grenzanlage an der nördlichen Grenze zu mittlerweile verfeindeten Nachbarn. Die Ukraine gibt sich bereit für einen Angriff. Das benachbarte Zoll- und Abfertigungsgebäude wird nur noch wenig genutzt. Der Handel zwischen der Ukraine und Russland ist eingebrochen. Stattdessen ein europäischer Grenzwahl. So hat die Regierung in Kiew das mehrere hundert Millionen Euro teure Projekt getauft. Wir verteidigen hier unser Heimatland. Im Allgemeinen glaube ich aber auch, dass wir hier die demokratische Welt verteidigen. Uns wird schnell klar, Offizier Dudko unterstützt den pro-europäischen Weg der Ukraine Richtung Westen. Unklar allerdings, ob Zäune und Panzergraben tatsächlich einen russischen Angriff abhalten könnte. In jedem Fall hilft es den Soldaten der Grenzeinheit, den Angriff für einige Zeit aufzuhalten. Es ist in jedem Fall besser, bei einem Angriff zurückzuschießen, während man selbst geschützt ist, in einer Anlage wie dieser, als ihnen auf dem freien Feld zu begegnen. Mehr als 320 Millionen Euro soll das Projekt Schutzwall über mehrere Jahre kosten. Ein steter Fluss von Geld, darunter auch Zuschüsse aus der Europäischen Union, für die Sicherung der Grenze zu Russland. Doch drei Autostunden weiter südlich entlang des Flusses Neppar zweifeln wie wir auch andere, ob dieses Megaprojekt überhaupt etwas bringt. Olexander Ratschuk vertritt die Initiative Bürgerkontrolle. Er hat auch den Bau der Anlagen von Senkivka verfolgt. Wir können im Prinzip nicht nachvollziehen, wie dieses Geld in den vergangenen zwei Jahren verwendet worden ist. Viele glauben sogar an Korruption beim Grenzausbau. Ich denke, wenn man sich dieses viele Geld vor Augen führt, dann wäre es besser und bei weitem effektiver, diese Mittel in die Modernisierung der ukrainischen Armee zu stecken. Diese Anlage werde keinen Angriff des Nachbarn Russland abwehren können. Daran zweifeln nicht nur wir. Aber während im Krieg im 800 Kilometer entfernten Osten der Ukraine gegen die von Moskau unterstützten prorussischen Rebellen weiter gestorben wird, geht es an der ukrainischen Nordgrenze womöglich auch um Symbolik. Grenzoffizier Dutko führt uns zu einem alten Sowjetdenkmal hinter der Grenzanlage. Die drei Schwestern heißt es. Die Konstruktion wurde von drei ehemaligen Sowjetrepubliken gemeinsam gebaut. Am Grenzpunkt Zenkivka geht es nicht nur nach Russland, sondern auch ins benachbarte Weißrussland. Dazwischen das Denkmal aus dem Jahr 1975 für die Freundschaft der drei Sowjetvölker. Wir fragen uns, was ist daraus geworden? Der russische Grenzstein steht noch immer in Sowjetfarben gegenüber dem ukrainischen Blaugelb. Wir pflegen dienstlichen Kontakt mit den Russen. Persönliche Verbindungen gibt es aber nicht. Mehr will Oleksandre Dutko dazu nicht sagen. Doch er kennt jemanden, der darüber reden kann, wie sich das Verhältnis zum Nachbarn Russland verändert hat, im Dreiländereck von Zenkivka. Ortsvorsteher Yuri Holovan. Vor dem Gemeindehaus steht eine Bushaltestelle aus sowjetischen Zeiten gegenüber traditionelle ukrainische Bauernhäuser. Lenin haben Mitglieder des sogenannten rechten Sektors im Ort vor kurzem vom Denkmal gestürzt. Drinnen ist für Yuri Holovan und die Grenzsoldaten klar, wie es soweit kommen konnte im ukrainisch-russischen Verhältnis. Es hat tatsächlich einmal Freundschaft gegeben. Heute gibt es keine Freundschaft mehr. Wir wollen wissen, warum. Wie kann es denn Freundschaft geben, wenn zwei Nachbarn nebeneinander leben und der eine den anderen überfallen hat? Mit dem Krieg im Osten ist die alte Freundschaft wohl auch an der ukrainischen Nordgrenze für lange Zeit vorbei. Und uns scheint, dass der neue Zaun vor allem ein Symbol der Spaltung zwischen Ukrainern und Russen ist. Einen Panzerangriff wird der aber wohl nicht aufhalten können. Einen Panzerangriff 1 1 Untertitelung des ZDF, 2020